Wir holen noch mal das Ganze einander, also wenn Sie sich dem Feuer nähern, das passiert irgendwann, ist das natürlich auf eigene Gefahr. Und das heißt nur, wenn man bei der Funke irgendwo jetzt ansonsten mal darauf achte, dass nicht dargestellt wird, die Funken uns halt gerade landen. Und falls einer landet, dann holen wir noch mal, das geschieht auf eigene Gefahr. Die Anstrengung der Anliegen, die uns gar nicht auszuschlafen. Die Anstrengung der Anliegen, die uns gar nicht auszuschlafen. Die Anliegen, die uns gar nicht auszuschlafen стала, die uns gar nicht auszuschlafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020